Hallo Schnellyoutube und herzlich willkommen zum 5.000, 6.000 und 7.000 Abonnenten Special. Ja, heute werde ich drei Tech-Jap-Packs gleichzeitig veröffentlichen, da ich ein bisschen hinterher hänge damit. Normalerweise mache ich ja zu jedem Special, sag ich mal, ein Tech-Jap-Pack. Und ja, jetzt reiche ich sie nach. Und in der Beschreibung sind drei Links zu drei Tech-Jap-Packs. Einmal dem 5.000 Abonnenten-Pack von Broody, Dankeschön an dich. Dem 6.000 Abonnenten-Pack, was ich im Urlaub selbst gemacht habe und dem 7.000 Abonnenten-Pack von Knockback Titan, aka Eli, danke auch an dich. Link zu ihm ist unten in der Beschreibung und ja, auf jeden Fall mal abchecken. Ja, beim 6.000 Abonnenten-Pack ist von mir ein Easter Egg eingebaut worden. Jeder, der sich ein bisschen mit Tech-Jap-Packs auskennt, kann es auf jeden Fall herausfinden. Und ja, beim 6.000 Abonnenten-Pack kann ich nur noch dazu sagen, dass ich es eher nur für Fun-CVs bzw. CWs benutzen würde, da die Sounds beim Töten von Spielern, wenn das Bett weg ist und der Bett-Abbau-Sound Musikstücke sind. Und ja, bei zum Beispiel Runden, wo viele Betten sind oder du viele Kills gleichzeitig machst oder QSG, ist dieses Pack einfach nicht geeignet, da die Musik sich dann überlagert. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesen Packs. Und ja, heute Mittag um 12 Uhr beginnt der Streams, seid bitte dabei. Wird auf jeden Fall cool und ich hau nachher nochmal eine Stream-Ankündigung raus, wo nochmal was released wird, auch von Eli. Also auf jeden Fall bitte diesen Typen abchecken, der hat so viel für mich gemacht, wirklich. Und ja, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, tschöne, viel Spaß mit den Packs. Bis zum nächsten Mal, tschöne, viel Spaß mit den Packs.